Das ist ein Brot. Das ist ein Apfel. Du hast ein Apfel, tatsächlich. Das ist Honig. Das ist Honig, genau. Das ist Milch. Die Milch. Die Milch. Das Ei und das Müsli. Der Kaffee. Die Marmelade. Der Tee. Der Joghurt. Die Tomaten. Das Brötchen. Die Brötchen. Das eine Brötchen und die zwei Brötchen. Genau. Der Brot. Der Apfel. Der Honig. Der Reis. Die Ananas. Die Schokolade. Pizza. Kirsche. Banane. Birne. Äh, Wurst. Die Erdbeere. Was ist das? Was ist da auf der Karte drauf? Erdbeere. Die Erdbeere, genau. Kogote. Äh, Salat. Wirken. Und zum Schluss noch? Der Käse. Der Käse. Wunderbar. Dreiundfünfzig Tomaten. Dreiundfünfzig Tomaten. Ja. Wow. Gibt es Tomatensalat? Mhm. So viele Tomaten. Ja. Und dann will ich gerne noch Salat. Okay. Danke. Und dann noch Pizza. Äh, bitte noch Tee. Okay. Okay. Dann bitte her. Da war Apfel. Nein. Das ist fertig. Tschüss.